MR. Big ist eine Hard Rock Band aus den USA. Geschichte, Gründung Die Band wurde im Jahr 1989 von dem bekannten Ex-David Leroth Band Bassisten Billy Sheen und dem Shredding-Gitarristen Paul Gilbert in Los Angeles gegründet. Sheen hatte zuvor schon bei seiner Band Talas Bass gespielt und war Mitglied der Band um David Leroth, mit dem er die Alben It, E.M. & Smile und Skyscraper aufgenommen hatte. Zusätzlich zu Paul Gilbert, der für sein Gitarrenspiel bekannt ist, suchte er sich den Sänger Eric Martin sowie Petto Pea als Bandmitglieder aus. Die Band bekam einen Vertrag bei Atlantic Records und ging ins Studio, das selbst betitelte Debütalbum von MR. Big erschien 1989 als Singles wurden die Titel Big Love und Addicted to a Red R.USH veröffentlicht. MR. Big erreichte Platz 46 der Billboard 200 und hielt sich 18 Wochen in den Billboard Charts. Durchbruch und Erfolge Mit ihrem zweiten Album, Lean Into It, das auch durch sein Cover auffiel, schaffte MR. Big 1991 den internationalen Durchbruch. Das Album, das von Kevin Elson produziert wurde, enthielt die spätere Hit-Single To Be With You, mit der die Gruppe weltweit die Charts stürmte, in Deutschland und den USA erreichen sie sogar die Nummer 1. Das Album schaffte es bis auf Platz 15 der Billboard 200 und hielt sich 38 Wochen in den Charts. To Be With You erreichte die Spitzenposition am 29. Februar 1992, hielt sich dort drei Wochen und war insgesamt 24 Wochen in den Billboard Hot 100. Auch die danach veröffentlichte Single, Just Take My Heart, konnte sich in den Charts behaupten. 23 Wochen und Platz 16 der Hot 100. Zu diesem Zeitpunkt wurden bereits erste Spannungen deutlich und es kam während der Proben und Auftritte immer, öfter zu offenen Streitereien zwischen den Bandmitgliedern. Dennoch nahm die Gruppe ein weiteres Album auf das wieder von Kevin Elson produziert wurde. Es erhielt den Titel Bumperhead und noch einmal gelang im R. Big ein Hit, diesmal mit der Cover-Version von Cat Stevens' Wild World, mit der es bis auf Platz 27 der Hot 100 ging. Die nächste Single von Bumperhead ging in den Hot 100 jedoch beinahe unter, sie erreichte nur Platz 86 und war nach sechs Wochen schon wieder draußen. Das Album erreichte Platz 82, der Billboard 200 hielt sich ebenfalls sechs Wochen und verschwand dann aus den Charts. Ab diesem Zeitpunkt spielte sich die Karriere der Gruppe zum größten Teil in Japan ab, wo im R. Big zu den erfolgreichsten internationalen Künstlern gehörten. Durch diesen Umstand gerieten sie jedoch international immer mehr in Vergessenheit. M. R. Big gingen wieder ins Studio und nahmen ein weiteres Studioalbum auf High Man. Erschien 1996, stieg aber nur noch in Deutschland und der Schweiz in die Charts ein. In den USA wurde der Titel Take Cover für den Soundtrack zur Zeichentrick-Serie Mega Man verwendet. R10 Love Like That wurde als Single veröffentlicht. Nach der zugehörigen Tour stieg Paul Gibbard aus der Band aus. Er wurde durch Richie Kotzen ersetzt, der zuvor bei der Band Poison deren Original-Gitarristen C.C. Devil ersetzt hatte. Neue Besetzung und Auflösung mit Richie Kotzen nahm M.R. Big das nächste Album in Angriff. Get Over It erschien 1999 in Japan und erreichte dort mit der Single Super Fantastic den Spitzenplatz der Charts. Zum Ende der folgenden Japan-Tournee spielten M.R. Big Silvester 1999 zusammen mit Aerosmith im Tokio-Dome in Tokio. Im März 2000 erschien Get Over It in den USA und Europa. Innerhalb der Band kam es zu Spannungen, nachdem Billy Sheen sich entschieden hatte, Steve V.A.I., mit dem er schon gemeinsam bei David Leroth gespielt hatte, auf dessen Tour als Basses zu begleiten. Daher war er am Songwriting zu Actual Size dem Nachfolger zu Get Over It kaum beteiligt. Das Album erschien 2001 in Asien. Trotz des Erfolges den M.R. Big dort hatten entschieden Erik Martin, Petto P. und Richie Kotzen, da Sheen die Band verlassen müsse und feuerten ihn. Ihr Manager zwang sie zwar, Sheen zurückzuholen, doch Sheen war nur dazu bereit, eine Abschiedstournee mit M.R. Big zu bestreiten. Diese Tournee fand 2002 statt. Anschließend löste sich die Gruppe auf. Sechs L-Mitschnitte, darunter der Dreiteiler, R.A.W. Like Sushi, Japan Demonium und Live at Budokan, zeigen die Beliebtheit der Gruppe in Vernost. Reunion am 2. Februar 2009 wurde bekannt, dass sich M.R. Big in der Originalbesetzung reformiert haben und auf Welt-Tournee gehen. Von dieser Tournee haben sie eine L-W-DVD und ein Live-Album jeweils unter dem Titel Bacto Budokan veröffentlicht. Zusätzlich ist im selben Jahr ein neues Best-of-Album erschienen, das auch zwei neue Titel enthält, die sich auch als Bonus-Tricks auf dem Live-Album befinden. Am 24. September 2010 wurde gemeldet, dass sich M.R. Big im Studio befinden und an einem neuen Album arbeiten. Dem ersten in Originalbesetzung seit Heimann, Produzent ist Kevin Shirley, What If und The Stories VQ-Tale das erste nach der Reunion produzierte Studio-Album von M.R. Big trägt den Titel What If und wurde in Europa am 21. Januar 2011 bei Frontiers Records veröffentlicht. Es wurde von Kevin Shirley produziert und im Studio Village Recorder in Los Angeles aufgenommen. Das Album enthielt zwölf Titel, von denen Undertow als erster Single veröffentlicht wurde. Für diesen Titel sowie den Song All The Way Up wurden Videoclips produziert. Das Album erschien in drei Versionen, als einfache Audio-CD, als Titchi-Pack mit DVD und als Fanbox-Set mit CD, DVD, Vinyl-LP und Mousepad. Die DVD enthielt die vorgenannten Videoclips und einen Film mit dem Titel The Making of What If. Eine an die Veröffentlichung anschließender Tournee wurde im März 2011 in Südamerika gestartet und führte im Sommer des Jahres nach Europa. 2014 gab Pat Torpey bekannt an der Parkinson-Krankheit erkrankt zu sein. Die Band verpflichtete einen Schlagzeuger, der ihn bei Le-Konzerten unterstützten soll. Geplant ist, dass Torpey während der Tournee zum neuen Album bei ausgewählten Stücken sowie dem Akustik-Teil jeder Show selbst spielt. Das Album namens The Stories VQ Tell erschien im Herbst 2014. Als Unterstützung für Torpey wählte die Band den Schlagzeuger Matt Star, der zur Band des Gitarristen Ace Frehly gehört. Diskografie Studio Album Live Alben 1990 Raw Like Sushi 1992 Live Live 1992 Raw Like Sushi 2 1994 Japan Dämonium Raw Like Sushi 3 1996 Channel V Adherat Rock Live 1997 Live at Budokan 2002 2002 In Japan 2006 Extended Versions 2009 Bakto Budokan 2009 Raw Like Sushi 2 Not One Night 2009 Bakto Budokan Next Time Around 2009 Tour 2012 One Acoustic Night Live from the Living Room Kompilationen 1996 Big Bigger Biggest Greatest Hits 2000 Deep Cuts 2004 Greatest Hits 2009 Next Time Around Singles DVDs Videos 1991 Lean Into It 1992 Live in San Francisco 1999 Super Fantastic 2008 Bumper Head Live in Japan 2009 Bakto Budokan Box Sets 2008 zu 2 in 1 Bumper Head Lean Into It Business Slow Part Bumper Head ели Point Jet talented 伸素 personnage good 印象 Note 2011 Infinite